Infraseuf Gendorf ist der Standortdienstleister hier im Chemiepark Gendorf. Wir sind verantwortlich für die Infrastruktur, die wir unseren Standortkunden zur Verfügung stellen und das geht von der Werksicherheit bis hin zur Versorgung mit Energien und Medien. Unser altes HR-System ist über viele viele Jahre gewachsen und dadurch sehr komplex geworden und daher war es an der Zeit, ein neues HR-System einzuführen. Man muss sich vorstellen, vorher musste ich einen Mitarbeiter einen ganzen Tag lang beschäftigen, indem er papierhaft die Entgeltabrechnung ausdrucken und einkuvertieren musste und dann mit der Post an den Mitarbeiter versenden musste. Heute mit der digitalen Gehaltsabrechnung kann jeder Mitarbeiter im System sich einloggen und kann sich seine eigene Gehaltsabrechnung anziehen. Wir haben uns für Fujitsu SAP SuccessFactors entschieden, weil SuccessFactors viele Möglichkeiten und Module bietet, mit denen wir künftig unseren Mitarbeitern und Vorgesetzten optimale HR-Prozesse bieten können. Die Wahl fiel auf Fujitsu, weil wir uns von Anfang an verstanden fühlten und das Gefühl hatten, hier von einem kompetenten Team beraten zu werden. Die Zusammenarbeit mit den Beraterinnen und Beratern war sehr angenehm und wir haben schnell festgestellt, dass wir die gleiche Sprache sprechen und somit uns wirklich gut aufgehoben fühlten. Durch die Einführung von weiteren Workflows und Prozessoptimierungen erhoffen wir uns auch künftig weitere Effizienzsteigerungen für unser Team. Deine Das ist eine Art von der Fristik-Bücher Das ist eine Art von der Fristik-Bücher